Beim Bitcoin geht das gerade richtig heiß her. Deswegen gucken wir uns erst einmal an, woher eigentlich diese Korrektur kommt und welche Auswirkungen die genau hatte. Dann sprechen wir selbstverständlich über die Gerüchte, dass der Bitcoin-Spot-ETF erst einmal auf Eis gelegt worden ist, beziehungsweise erst im zweiten Fatal 2024 genehmigt werden soll. Und am Ende gucken wir uns selbstverständlich noch das Interesse der institutionellen Investoren an, die in den letzten Wochen wieder sehr aktiv dabei waren. Falls sich diese Themen also interessieren, dann solltest du unbedingt bis zum Ende des Videos dabei bleiben. Mein Name ist Phil und wir beginnen selbstverständlich an diesem turbulenten Tag erst einmal mit der aktuellen Marktlage. Du hast es sicherlich mitbekommen, wir sind kurzzeitig beim Bitcoin unter 42.000 US-Dollar runter korrigiert. Das bedeutet also, dass wir teilweise über 6-7% im Minus hier waren. Und auch wenn wir uns die Gesamtmarktkapitalisierung angucken, sind wir hier um knapp 6,25% korrigiert. Das bedeutet, die meisten Altcoins sind diesem Beispiel mal wieder gefolgt. Und dafür gibt es selbstverständlich einen wirklichen Auslöser. Und zwar ist das Jim Cramer gewesen. Vor einigen Stunden hat er sich noch bei CBBC zu dem Thema Bitcoin geäußert und darüber gesprochen, dass Bitcoin gekommen ist, um zu bleiben. Und wenige Stunden später gab es schon die große Korrektur. Selbstverständlich ist das nur ein kleiner Joke am Rande. Es ist aber beachtlich, wie häufig er schon Aussagen getroffen hat in der Öffentlichkeit und wie gegensätzlich dann die Reaktion des Marktes war. Er hat wahrscheinlich einfach nur sehr viel Pech mit den Aussagen, die er trifft. Aber es ist spannend zu sehen, welche Bewegungen wir einige Stunden später nach so einer Aussage immer nachvollziehen können. Wir sollten uns aber erst einmal mit der eigentlichen Auswirkung der Korrektur beschäftigen. Wir sehen also, dass knapp eine halbe Milliarde liquidiert worden sind. Alleine bei Bitcoin sind es knapp 150 Millionen US-Dollar gewesen. Die meisten anderen Altcoins sind diesem Beispiel selbstverständlich gefolgt. Und wir sprechen hier tatsächlich von dem zweitgrößten Long-Liquidierungsereignis im gesamten letzten Jahr. Das kann sich also, wenn es um Negativnachrichten geht, durchaus sehen lassen. Und selbstverständlich haben wir auch am Open Interest einige Veränderungen gesehen. Hier sind wir noch knapp 1,7 Milliarden US-Dollar korrigiert. Also wurden knapp Open Interest im Wert von knapp 1,7 Milliarden verbrannt. Auch das hat natürlich direkte Auswirkungen und hat die gesamte Situation etwas stärker eben multipliziert. Ich denke aber, alles in allem ist das nichts anderes als eben ein Auswaschen. Der ganzen Hebel, also dem gesamten Leverage-Bereich quasi, der seit einiger Zeit eben offen ist. Und damit werden wir sicherlich etwas gesünder noch in den kommenden Bullrun eben starten, der meiner Meinung nach immer noch vor der Tür steht. Und selbstverständlich werde ich dich diesbezüglich auch weiterhin auf dem Laufenden halten, sobald neue Informationen online gekommen sind. Deswegen kannst du an der Stelle gerne schon mal ein Abo dalassen. Und wenn wir schon dabei sind, wäre es wunderbar, wenn du dem Video entweder einen Daumen nach oben oder nach unten dalässt. Je nachdem, wie dir das Video gefällt. Und solltest du noch Verbesserungsvorschläge für mein Daily-Content haben, dann schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Und genau an der Stelle sollten wir mal zu den wichtigen und relevantesten Gerüchten kommen, die so in den letzten Stunden aufgekommen sind. Und zwar gibt es einen Report, der von Matrixport veröffentlicht worden ist. Und auch Bitcoin Archive hat sich diesbezüglich einmal mit der Thematik beschäftigt. Denn Matrixport hat zum einen kommuniziert, dass wir, und das ist ein Post von gestern, sehr frühzeitig eben die Genehmigung der Bitcoin-Spot ETFs sehen werden. Und damit wird eben auch der Bitcoin-Preis auf über 50.000 US-Dollar ansteigen. Und wenige Stunden später gab es eben die Anpassung oder beziehungsweise einen zweiten Bericht. So ehrlich muss man ja auch sein. Und schon haben sie kommuniziert, dass die SEC den Bitcoin-Spot ETF ablehnen wird. Die beiden Aussagen sind komplett konträr zueinander und haben aus der Sicht verschiedener Investoren nun eben auch diese Korrektur mit eingeleitet. Ich persönlich halte das nicht für realistisch, denn die wenigsten wissen, wer hier eigentlich Matrixport ist. Und ich denke, wir haben erst die Kurskorrektur gesehen und dann parallel sind die Informationen zu Matrixport sichtbar geworden. Denn dieser Beitrag wurde bereits gestern am 2.1.2024 veröffentlicht und konnte damit also nicht wirklich Auslöser dieser Korrektur sein, die wir heute im Laufe des Tages mitverfolgen durften. Und ehrlicherweise müssen wir über die Perspektive bezüglich der Bitcoin-Spot ETFs nochmal sprechen. Denn meiner Meinung nach hat sich nicht viel geändert. Das hat hier auch einer von den Bloomberg-Analysten nochmal kommuniziert. Denn sie haben zwar aktuell keine weiteren und veränderte Informationen vorliegen, denn es gibt weiterhin eine Funkstille, die wir gestern auch schon besprochen haben. Das ist aber ein ganz normaler Prozess. Die letzten Anträge der ganzen Vermögensverwalter werden gerade nochmal gecheckt und gegebenenfalls auch Änderungen an diese ganzen Parteien eben weitergegeben. Und die Parteien haben dann zwischen 24 und 48 Stunden Zeit, um also die Anträge nochmal zu updaten, damit schlussendlich sowas jedenfalls bei den ETH Futures im Jahr 2022 dann eben diese gesamten Produkte freigeschaltet werden. Es ist meiner Meinung nach immer noch ein bullisches Umfeld, in dem wir uns befinden, nur mit dem kleinen Pluspunkt, dass wir nochmal deutlich günstigere Preise haben, die wir zurzeit für uns nutzen können. Das bedeutet für mich also, dass die 90-prozentige Chance, die Bloomberg hier kommuniziert hat, weiterhin besteht. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir zwischen dem 5. und dem 10. Januar 2024 die Freigabe der meisten Bitcoin-Spot-ITS erleben werden. Wie aus dem Nichts ist nun noch eine Neuigkeit veröffentlicht worden von Fox News. Die haben nämlich kommuniziert, dass sich die SEC wohl gerade oder im Laufe des Tages jetzt noch mit zum Beispiel der Nasdaq, mit der CBOE und so weiter eben treffen soll. Und zwar geht es dabei vor allem um die ganzen Anträge der Bitcoin-Spot-ITFs, beziehungsweise der Vermögensverwalter, die die Anträge eingereicht haben. Und scheinbar ist es eben auch so, dass diese permanent positive Haltung, die wir immer noch erleben, auf die ich ja auch im Laufe des Videos eingegangen bin, direkt dafür gesorgt hat, dass eben auch der Bitcoin sich sukzessive wieder erholt. Aktuell liegen wir schon wieder zum Zeitpunkt der Aufnahme bei knapp 43.200 oder 300 US-Dollar. Das kann sich natürlich jetzt im Laufe des Abends weiterhin verändern. Die Volatilität kann immer noch zuschlagen an der einen oder anderen Stelle. Deswegen bin ich sehr gespannt, wo wir dann im Laufe des Abends noch stehen werden. Und sobald es Neuigkeiten bezüglich der ganzen SEC-Thematik gibt, werde ich dich selbstverständlich auf Twitter auf dem Laufenden halten. Hier bin ich permanent aktiv und werde alle möglichen Updates direkt posten. Kommen wir nun aber von diesen negativen Neuigkeiten nochmal zu einigen positiven Neuigkeiten. Denn CoinShares hat neue Daten veröffentlicht. Und wir sehen hier gerade schon, dass in der letzten Woche weitere 243 Millionen US-Dollar hinzugekommen sind. Auch hier sehen wir also sehr aktive Inflows in die ganzen ETPs, die bereits vorliegen. Außerdem sehen wir mittlerweile, dass im Jahr 2023 Inflows in Höhe von knapp 2,2 Milliarden US-Dollar protokolliert worden sind. Das ist ein absolut erfolgreiches Jahr gewesen. Natürlich schlechter als 2020 und 2021, aber dann auch immer noch ein ziemlich bullisches und sehr, sehr positives. Denn wir haben dadurch ganz klar die Signalwirkung, dass die ganzen institutionellen Investoren sich arm mit dem Thema beschäftigen und eben auch aktiv akkumulieren wollen. Und das wird sicherlich nochmal deutlich multipliziert in dem Moment, wo die gesamten Bitcoin-Spot ETFs eben auch zur Verfügung stehen. Und wenn du jetzt bei dieser kurzfristigen Bitcoin-Korrektur darüber nachdenkst, Bitcoin- und Altcoin-Bestände aufzubauen, dann kannst du das perfekt über den ersten Link in der Videobeschreibung machen. Hier bekommst du nicht nur 10 Euro geschenkt. Du bekommst auch auf die ersten 10.000 Euro Volumen keine Gebühren berechnet. Es gibt Krypto-Sparpläne, die du aufbauen kannst. Landing, Staking und das alles auf einer regulierten Plattform, auf der es eben auch Steuerreports gibt. Von daher melde dich unbedingt über den ersten Link in der Videobeschreibung an. Ich glaube, zusammenfassend kann man eine Sache ganz klar sagen. Die Korrektur, die gerade vorherrschend ist, die gehört einfach dazu. Wir müssen nun mal immer wieder damit rechnen, dass wir die ganzen gehebelten Positionen rausgewaschen bekommen und dass der Markt dann immer sehr, sehr volatil auf diese Situation reagiert. Das ist ganz normal und wird erst mit zunehmendem Kapital eben auch deutlich stabiler und eben viel weniger volatil. Und darauf müssen wir uns eben noch einige Zeit einstellen. Außerdem sollten wir einige Reports weniger unternehmen, die vielleicht gar nicht so viel Strahlkraft haben, für zu ernst nehmen. Und erst einmal, solange die Fristen weiterhin bestehen und es noch keine Aussagen zum Beispiel einer Behörde gibt, wirklich anfangen, unsere Perspektive und unsere Meinung zu verändern. Erst mit der Freigabe oder Ablehnung der SEC wird es wirklich weitergehen. Was wir dennoch sehen, ist, dass die institutionellen Investoren weiterhin ein großes Interesse daran haben, in Bitcoin und Co. zu investieren. Das tun sie aktuell noch über ETPs. Und ich denke, es wird einen gigantischen Shift eben geben in dem Moment, wo die Bitcoin-Spot ETFs da sind. Darauf warten alle und diese Produkte werden zwangsläufig kommen. Davon bin ich absolut überzeugt. An der Stelle hoffe ich natürlich aber auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Morgen geht es dann weiter mit dem nächsten spannenden Video. Ich freue mich auf dich, hab noch einen wunderbaren Tag und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.